Und mal wieder Zeit für eine Runde FIFA 22. Saisonmodus spielen wir, meine Freunde. Wir machen wieder Tore außerhalb des 16ers. Die Regeln sollten eigentlich klar sein, nur Tore außerhalb des 16ers zählen. Alles andere, was innerhalb des 16ers ist, müssen wir ein Eigentor schießen. Der Gegner hat es natürlich wieder super einfach. Der braucht ja nur rufschießen. Auf mein Türchen. Nein! Jetzt kriegen wir hier gleich am Anfang schon so ein Kacktor. Bloß weil ich hier nicht vernünftig verteidigt habe. Da haben wir es doch schon gemacht, meine Freunde. Sehr schön. 1-1 steht es. Ja, sehr schön, Mann. Ich habe nicht so ein Gefühl, heute läuft es, meine Freunde. Heute läuft es. Ah, Mann. Habe ich doch gesehen, dass er die Tore rausgeholt hat. Ah, keine Abseits. Keine Abseits. Yes, Baby. Yes, Baby. Da geht er raus. Er hat mal den Torwart drinnen lassen sollen. Dann hätte er noch eine Chance gehabt. Ich wollte schon wieder fuck sagen. Jetzt hat er hier ohne ein Dings, ja. Ich müsste eigentlich mit der Gerätsche machen. Ich denke, da habe ich schon den Torhüter. Na ja, da ist es doch, Mann. Der kleine Scheißer Verratti, ja. Weißt du? 1,50 groß, ja. Aber einen rechten Fuß hat er. Jetzt die Möglichkeit. Nein. Na ja, haben wir mal verloren jetzt durch, äh, irgendwelche Bedingungen. Gehen wir rein ins nächste Spiel, meine Freunde. Wir haben auf jeden Fall schon einen Sieg geholt. Jetzt haben wir verloren. Mal gucken, wie das dritte Spiel wird. Cristiano Ronaldo, CR7. Wie gesagt, Leute. Lasst ihr einen Abo da, wenn euch die Videos gefallen. Ja. Aktiviert die Glocke. Nicht vergessen, damit er auch in Zukunft keine Videos verpasst von mir. Also auch den ganzen anderen Content, was so generell von mir passiert. Und natürlich ein Like da lassen, meine Freunde. Oh, das ist doch wieder so ein Ginger, Alter, wo ich hier mit ihm um fünf Tore schießen müsste eigentlich. Aber ich wahrscheinlich wieder zu blöd bin. Oder hier halt mit, äh, 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 mit meiner Aktion hier, Tore außerhalb des 16ers. Äh, ist das ja nicht so einfach, ne? Ihr könntet ja mal selber probieren, meine Freunde. Und dann sagt er mir mal, wie ihr das so findet. Beziehungsweise. Oh, ja, oh, jetzt. Nein, ich Idiot. Was mach ich denn da? Hat der Torwart mit gerechnet? Ja, natürlich hat der Torwart damit gerechnet. Weil ich auch zu schlecht war. Oben läuft Messi. Ja, nein. Und die Bimmel hat die auch irgendwas. Ah, Mann, hier ist er da weg, Alter, Marquinhos. Oh, nee, war nicht Marquinhos. War irgendein anderer. Na, dann kommt da sowas bei raus. Mann, lieber Ria, Alter. Du, Alter, Holzfuß. Jawohl, Junge, sehr schön. Der kleine Messi, der alter kleiner Kacker, der macht nicht. Der Hosenscheißer. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Jetzt mal richtig eine Granate abziehen. Nee, doch nicht. Ha, 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 schöner Lupfer. Lupfer außerhalb des 16ers. Wilder Jun, macht das. Der kleine, wilde Junge. Okay. Stell doch nochmal um. Nee. Gut. Sehr schön, meine Freunde. Das soll doch schon gewesen sein von Tore außerhalb des 16ers. War mal wieder lustig. Heute haben wir mal zweimal gewonnen. Ehm mal verloren. Ja, war ganz nice die Runde heute. Wie gesagt, lasst ein kleines Abo für mich da. Aktiviert die Glocke, meine Freunde. Denn nur so könnt ihr wirklich alle Videos von mir sehen.